2. Korinther 5, Vers 17 Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues istאת.